ja willkommen mein name ist an ihrer lp und ich bin euch zurück zu let's play splatoon in der letzten folge sind wir ein bisschen erfolgreicher mit dem roller richtigen gerannt und ja überall noch für den herrn die warte schöne texte und so das ist ein bisschen verstörend aber keine ahnung sind auch überall so oder nicht keine bänden sogar nicht schön was ich weiß nicht schön dass er jetzt gestorben ist aber trotzdem die fans hier sich hier schön drum kümmern wenn ich irgendwie so zeichnen könnte ich vielleicht auch irgendwie so verzeichnen aber es wäre dem ganzen nicht gerecht so genug trauersachen erst mal wieder fröhlich so zum teufel ist hat wieder aus aber nur den ganz wenn ich euch gesagt gut den roller kommen wir haben wahrscheinlich vergessen schon mal direkt weil er zufällig ist okay scheiß auf den roller würde ich sagen läuft ja auch mit dem da ist der andere irgendwie schlechter eine kann ja noch besser sein in sachen spezialfähigkeit ich habe ein paar sachen noch neu ausgerüstet der polizeit zum beispiel den hat sich noch irgendwie kommen wir schon gern geld haben dann aber auch richtig außer dann muss ich noch mal auf meine klamotten zwei belieben sachen wir aufleveln würde ich sagen ja immer datier und datier und datier ich habe jetzt einfach random ausgewählt ich habe sind wir denke ich habe da ist irgendwas eine tiefere bedeutung gewesen oder so irgendwie so insgeheim ganzen wert verglichen habe oder so wenn ich froh wenn ich alle klamotten habe also aussetzen kann man da muss nichts mehr aufhören da kann ich mir nur auf die effekte konzentrieren und ja alle sind etwa 20 außerhalb nicht weil er werden mich verantwortlich machen wenn ich in dem team bin das verlieren wird was ich auf jeden fall sein werde ich bin dafür hat die internetverbindung noch keiner als jetzt mal zusammengebrochen ist also die 20 zentimeter schienen doch sehr sehr verfolgt recht gewesen zu sagen entweder das aber ich habe glück keine ahnung ich weiß es doch nicht mal vielleicht eher daran dass andere irgendwie rage quitten dann für jeden spieler irgendwie die verbindung unterbauen ich weiß das ja nicht hierbei mir leuchtet da irgendwas unter den dingen das zu bedeuten durch naja genau deswegen sollte man hat nicht machen um die gegner freuen sich hat man keine zeit wahrscheinlich erst hätte da auch hören ist ja schlecht weg ich bin alle meinen namen gemerkt denn das ist ja der bezweiferschaft gleich mal da will ich auch haben man er war nicht so musikbar man fährt von einem mann von strecken zurücklegen wenn man so noch mal nachdenkt sondern allein waha vielleicht schon wieder kacke ja genau löst man den seine sachen an und gibt es auch nicht ob ich mehr kann aber auch für unseren gebiet hier umzocken alter und beginne zu zweit auf den los das gibt es doch nicht was ist da gerade passiert man war doch nicht so genau man spritzt die wand dann war ich doch ja da war ein bisschen zu spät jetzt oh man dann habe ich noch für karte da saß du aus als wenn wir gewinnen jetzt verlieren so nicht vom gratter ist dann so aus als wenn wir gewinnen ich bin ich nach vorne ja ja aber klar ich bin der schlechteste bringen wir den um da bringen wir sie um weil ich meine karte ab verdecken alle wahrscheinlich bin mädchen weil ich schon wieder sein an wenn wir nicht ein bisschen mit dem irgendwie so machen können auch matzo ich habe mit den aufnahmen klappt er hat jetzt auch hier alles ich habe so das gefühl irgendwie ein paar soweit ich bestimmt nicht ändern können oder so und die aufnahmen sind wir immer weg und keine ahnung als geruch direkt gerade wo ich so ein paar folge und so verbuchen kann erst mal oben alles was man nicht ob das bringt ich habe die strategie konzentrieren wir so schnell wie möglich nach vor zu gehen vorweg wie war einer kam von hinten einer von vorne da gibt es doch nicht mehr irgendeiner macht gleich schon wieder gleich stattgelegen und so nach vorne stören dass die ganze behinderten der bieten hatten zum teufel weg mit dem teil ich möchte das nicht aber zum lückste abgehauen nein das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht sicher nein nein ein mann er leckt mich doch so viele gebiete hier ein gefärbt wo wir die ganze zeit hier drauf gehen sie immer wie jemand anders nehmen wir auch noch freig ich habe da ein problem mit meinten nein man bei mir springen abonnenten einzusetzen in dem ich bin so was endlich mal genau jetzt stimmt alle sind von ihnen kaputt sehr gut und waren alle gleichzeitig erledigt auch mal einer von uns auch jetzt mal gewinnen das ist so toll ja weil der einst voll einst mann wie haben wir schon wieder nicht gewonnen war wir haben voll viel rausgekommen am ende trotzdem hat nicht gereicht die krise egal dass wir sind drei leute mit dem roller wenn das meine dinge fünf punkte habe ich genau nein ja ich könnte darf nur einmal verlieren man das ist ja meine rücken sind ja weg ja weil ich mal so ein pech haben muss aber in einem team kommen wo auch geile leute sind ich bin schon wieder der einzige mit level 12 aber ich gehe nach dem kampf aus dem haus war noch ein paar punkte ist das auch nicht was ist denn von mir noch nicht zusammen gemacht man sollte los was ist jemand wir gehen einfach ein bisschen weiter nach vorne direkt bei unserer oder deren weiß ich nicht erfreit war band lassen mit einem granatenwerfer oder so nein nein ich bewahre dass hier kommt nicht vorbei auch nicht mehr raus das ist ja irgendwie ein dauerhaftes problem war direkt er hat der mich nie im leben getroffen noch mal an hey das gibt es mit mich wo er will ich mich wenn ich so irgendwie nach oben und wie diese treffe ich nie man den zintakelzeit sein ganz einfach doch dafür lässt er sich erledigen sowieso noch ein paar punkte man sollte man trauerspiel hier irgendwie bin ich endlich glück kann er sein ja okay war er schon wieder eine neue effekt nein ich bin doch nicht blöd ich bin doch nicht blöd so wieder andere sachen ja die käppi irgendwie wort man sagen oder anders und hier und hat ja sie so weit ist gut aus und in der lobby machten der hier und jackie bitte lass mich dem team in den unteren seien wir irgendwann finde ich schon meine waffe liegt nur eine waffe liegt nur eine waffe kann ich bitte ich bitte euch da wollen wir sie kaputt damals schon keiner alles ist nicht was auf meine käppich steht da steht tot auch glaube ich bin mir aber nicht sicher boah hat wie alle immer voll auf rot sind nur ich nicht aber dann schon schlampig hier eingefärbt 9 macht ihr dann sniper kampf oder so war zum erd oben was das waren dann zumeist geil seit ausgenutzt da noch hier also nicht im roll modus war nein manchmal bis meine team sogar ich will die auch haben blöd hier schluss darunter bringt ein abteil überhaupt diese antenne alter alter schießt einmal von oben irgendwo runter ne direkt die ganze truppe und ballern auf dich so 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 was das ist man kann nicht immer nur an mir liegen aber verlieren hey muss ich da an mann wie machen die das hier sind die so gut man dann sind die dickmann fast meine kanate leckt mich hey jetzt ist er er geht mir dann auf den nerven kaum komme ich da vorbeischießt den schweiz bäms 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 leckt mich doch alle ich geh zu euch und mach alles pink na ja frisst das meine spur schon direkt wieder weg habe ich gesehen schon wieder verloren er leckt mich doch das gibt es doch einfach nicht wissen hat immer ich brauche ja auch ich brauche wieder fünf punkte ich will ein paar sachen aufbauen wollen wir noch im letzten kampf war schon wieder weit auf damit sergio junio ok ja dann bei japaner sind weg jackie naja ist aber da war kann akane oder was weiß ich war gar nicht weil ich sehe mal an strich der war da war da ein g ich weiß wie ein chaos die japanisch und die haben alle noch allah das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein hoffentlich können wir vorstellen alle mitten roller ist nicht so gut er ist ein bisschen näher kommen näher dagegen bin ich gewappnet hoffe ich ja und ich komme natürlich mit dem kontakt der in verhandlung hat verdammten fernkampf pistole hat weiß ich ja das kann aufhörenkampf machen verschwendung eigentlich ein abschüss was mir hat schon wieder bei uns ja alles blau gemacht mann 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 ja ich brauche noch 500 punkt dann kann ich wieder machen auch plan scheiß auf mein team und so das ist schon noch ein punkt die andere farbe zu über farben irgendwie besser und da war doch ja ein bisschen länger gewartet wird irgendwann da kann ich nicht dazu nehmen nein ich habe nicht zu dieser antennen konnten doch der kann sich was der konnte importen hier war wahrscheinlich seins ne auch mann wenn wir nichts mit dem punkt bei der anfang sie hatten die so schlecht aus stehre und form aus mir immer am ende am ende betonung ich war ein paar punkte laufe irgendjemand in meinem ding rein aber nicht gereicht nein noch mal noch ein paar punkte leck mich und wir haben so wieder wieder jetzt sehe ich noch mal noch mal geboren ich glaube wir haben so gewonnen wo ich da mal an und ist das ja dann war das jetzt der letzte kam für diesen part haben wir ein paar sachen auf sind ja eigentlich zufällig oder sind die eigentlich eigentlich ja oder sind die fest so programmiert die effekte dafür mich auch mal gerne interessieren wieso fester effektor ist einfach mal zufällig als beispiel jemand hier geht an laut mit den exakt gleichen effekten oder so ich mal interessieren ich kann das ja auch level überhaupt jemand schon damit rum ich weiß nicht wo man neues kleidungsstück noch hier neues dinge mir nur eins gibt vielleicht besser dann tue ich dachte auch ballern und dir im blau ok dann wenn ich den party und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play splatoon ich bedanke mich anlässt für zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge tschüss